Wart Waltersdorf, Samstag, 8. September 2018, 22.37 Uhr, 0-Shopo Marco Arnautovic Für so viel Selbstironie Shampoo an Heinz Zielindner Das Laola 1 Video, in dem der LFB-Star nach dem Sieg gegen Schweden dem Torhüter mit diesen sympathischen Versprecher zu seiner überragenden Leistung gratulierte, wurde zum Kult. Dies ist auch dem West-Hem-Legionär nicht verborgen geblieben. Am Samstag reagierte er am Rande der Trainingseinheit in Bad Waltersdorf auf seine eigene und besonders humorvolle Art und Weise auf Shampoo-Gate. Wie genau, seht ihr in unserem Video. Ein Werbevertrag in der Shampoo-Industrie scheint jedenfalls aufgelegt. Text, Quelle, Urheberrecht, Laola 1.at, Marcel Sabitzer, Österreicher sind mir nicht gut gesinnt, zum Seitenanfang. Mehr zum Thema kommend unter Strich, Count, Kommentare, rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zu widerlaufen. Verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt. 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 Punkt.